Wir sind seit einer halben Stunde hier. Bist du hier? Du willst nicht mehr checken? Willst du checken bitte? So, Sie können anfangen. Ja, wir freuen uns natürlich über den Sieg. Ich denke, wir haben das Spiel klar beherrscht und hätten noch mehr als zwei Tore erzielen können. Speziell jetzt auch in der zweiten Halbzeit noch. Oder bis das erste Tor gefallen war und dann das zweite kam, hat der Gegner natürlich kompakt gespielt. Daher mussten sie mehr öffnen in der zweiten Halbzeit. Und wir hatten noch mehr Möglichkeiten und es hätte gut vier oder fünf Tore geben können. Wir waren einige. Wir waren schwer, aber keine Ischensen. Wir waren einiger, eine Anlösung. Genau das war. Wir waren einiger, nach dem zweiten Halbzeit. Wir sind eine cheesy, die wir wissen. Wir haben einen schweren heftigen, die weisen vor. Aber wir waren mit dem zweiten Halbzeit. Wir haben sie mehr zu retten. Vielen Dank. Das sind drei Fragen jetzt. Also die erste Frage, die haben mit den Stammspielern begonnen heute, war es dann eine Botschaft, dass für sie die Meisterschaft wichtig ist und dass sie klar die Meisterschaft gewinnen wollen und früh. Die zweite Frage, dann werde das dann auch so bleiben, dann bei den nächsten Spielen, die zwei nächsten Spiele, das nur die Stammspieler spielen. Dritte Frage, es ist nicht ein Risiko, dass nur die Stammspieler so intensive in 48 Stunden spielen. Ich glaube, es ist wichtig, wer ist Stammspieler. Also wir haben ein grosses Kader und wir haben immer mal wieder durchgewechselt und es gab Verletzte in den Spielen, die zurückkommen. Wenn ich drei oder vier Wochen verletzt bin, dann natürlich auch nicht diesen Trainingsrhythmus habe, weil wir ständig unterwegs sind, weil wir wenig eigentlich alle zusammen trainieren können. Dann ist es wichtig, dass man auch in den Rhythmus reinkommt. Und es ist schwierig, wenn du dann drei, vier Wochen nicht gespielt hast und dann gleich ein Spiel von Anfang an spielst und um 90 Minuten gehen möchtest, ist einfach auch die Gefahr, dass wieder eine Verletzung kommt, ist zu gross. Also darum versuchen wir das so ein bisschen zu handeln. Wie sagt man, was er sagt, was Accomstein ist? Zum Beispiel ein время? Wir haben eine große Schwierigkeit. Wir haben alle wenige Schwierigkeiten, die eine andere Fachstellen. Es gibt viele andere. Wir haben eine solche, eine solche eine solche Versuchungen, wie wir auch hier haben. Dann gibt es etwas, warum wir sie die Fortschätzen haben. Wir haben die Leute, die Leute, die Dirigungen haben, die waren, weil wir sie haben, die ¡wie also haben, die Leute anwenden, die sie in die Sachen in der Schritt geben. Und ich kann das, die Frauen auf der Durchmacht haben, sie können erzielen. Wir haben die Leute mit einigen. Die Leute, die wir in der Zeit haben, anwenden, die Leute haben,iceps, sie können zu mo После. Es ist natürlich wichtig, die, die jetzt nicht regelmäßig gespielt haben. Die müssen mir natürlich schon auch was anbieten, das heisst, sie müssen im Training oder die Trainingseinheiten, die sie haben, die müssen sie 100% absolvieren. Und wenn ich nur das Gefühl habe, ja, ich kann vielleicht so ein bisschen mit 60% da hingehen, dann wird es nicht reichen. Und das muss ich sehen, das will ich auch sehen, dass dieser Einsatz da ist. Und dementsprechend ist es natürlich nach dem Spiel auch wichtig, da dann nachzufragen, okay, wie ist die Müdigkeit, wie ist die Fitness. Also wir werden sicher auch im nächsten Spiel wieder, aber wie viel und wer, das ist aktuell noch hoch. Die Frage der nächsten Mal, was ich weiß, was ist der Fall jetzt, was ich weiß, was ich will, was ich haben, was ich eigentlich in der Zwischenzeit? Ich bin der Zwischenzeit, was ich in der Zwischenzeit, was ich in der Zwischenzeit bin, was ich nicht mehr tun muss. Ich denke, wie eine Art der Zwischenzeit ist, dass ich in der Zwischenzeit 100% in der Zwischenzeit nicht mehr finde ich weiß. Also, is this not a big risiko? Also, if it's not a big game, and if it's not a big game, then it's a big risiko. But we're trying to handle it, and to see the players, and to see if it's permanent. We're trying to handle it, and to see if it's not a big game. We're trying to handle it, and to see if it's not a big game, and to see if it's not a big game, and to see if it's not a big game. We're trying to handle it, and to see if it's not a big game, and to see if it's not a big game. Because the fans want it, but we have clear rules here in the club. And if it's not a natural basis, if Hany or Genawi are injured, then it's possible. Aber nur damit jetzt alle diese Binde hat und alle Fans wollen das sehen, also das werde ich nicht tun. Weil das ist irgendwie gesucht. Das ist ja dann wieder die Frage, der Fan möchte gerne den Spieler sehen, der Fan möchte gerne den Spieler sehen. Und dann braucht es mich ja gar nicht mehr. Dann kann ich ja zu Hause bleiben und können die Fans dann dementsprechend die Mannschaft zusammenstellen. Also die sind nicht dabei in Training, die sehen nicht jeden Tag was los ist. Also ist da natürlich ganz was anderes. Aber sie können natürlich wünsche stellen. Aber das heißt ja nicht, dass sich die erfüllen. Wie ich sagte in der Anfang, gibt es ein Quarant in den Niederländen. Wer hat das Schart der Kapitän? Ich weiß, dass die Gemeinschaft in diesem Moment war sehr viel Zeit, aber das ist das nicht so einfach. Er hat das Schart der Kapitän natürlich an den Quarant, für einen grünen rungen zu haben, weil nicht alle eingeschnecken zu haben, weil ich nicht einen gewissen hast. Ich denke, es klappt zu einem. Was will das, dass das noch nicht mehr passieren? Ich denke, dass das mit diesem Beispiel passiert ist. Es muss so einfach sein, wenn ich das nicht wahrgenommen habe. Wenn ich das nicht darum mache, was es nicht wahrgenommen habe, mit einem anderen, was es erforscht. Ich denke, als das will ich es nicht. Aber ich habe das nicht mehr, aber es geht ab. Ich weiß nicht, was das mit dem Story bleibt, Vielen Dank. Ich gratuliere dann für den Sieg heute, ein Schritt dann für Rechte und Meisterschaft. Ich nehme den letzten Satz, den Sie gesagt haben, dass Ali viele Chancen gehabt hat. Er hätte dann viele Chancen vergeben. Die Mannschaft hat sich unter ihrer Führung dann sehr entwickelt, auf allen Ebenen, defensiv und offensiv. Es bleibt nur ein Punkt, der bis jetzt nicht irgendwie gelöst ist, nämlich dann, dass wir so viele Chancen vergeben haben. Im Vergleich zu den Chancen, die wir kreieren, schießen wir nicht so viele Tore. Wie können Sie das in Zukunft lösen, besonders dann in nächster Zeit kommen dann noch schwierige Gegner, noch intensivere Spieler, bis zum Beispiel Finale, dann Champions League? Ja, das ist auf der einen Seite natürlich schon auch Training, wenn man regelmässig trainiert, wenn man viel trainiert, dass man Vertrauen hat. Wir haben aber eigentlich, seit wir begonnen haben, also das gibt es auch eine Statistik, wie viele Chancen, dass wir kreieren, aber wir schießen zu wenig Tore. Wir könnten viel mehr Tore schießen, das heisst auf der anderen Seite auch, dass wir unseren Kopfballpendel brauchen, für das Timing, für die tägliche Arbeit auch, um Kopfbälle zu verwerten. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch Konzentration und da können wir uns sicher noch verbessern. Es ist manchmal auch, oder es gibt es auch, dass vielleicht dann ein Spiel den Besserplatzierten nicht zieht und durch das dann versucht zu schiessen und der Gegner kann abwehren oder der Torhüter kann halten. Das sind Dinge, die wir weiter verbessern müssen. Es gibt auch ein bisschen mehr Tore. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß es nicht. Wir werden das untersuchen.